Hallo, so heißt der Markus und wie angekündigt Autohersteller investieren weniger Geld in die Werbung für Elektroautos. Ganz eine große fette Überschrift über den Bericht. Ich verlinke den Bericht euch da unten drinnen. Ihr könnt es euch selber durchlesen. Da wird groß und breit erklärt, warum die Autohersteller weniger Geld in die Werbung stecken. Da stehen ein paar Zahlen drinnen. 2014 61 Millionen Euro, 2015 16 Millionen Euro. Ist deutlich weniger. Da wird z.B. auch Tesla als Beispiel angeführt. Da gibt es keine TV-Werbung. Das interessiert sie einfach nicht. Weil die einfach so ein virales Marketing, auch wenn das jetzt ein neumodernes Wort ist, betreiben, dass sie keine Fernsehwerbung schalten müssen. Außerdem wollen sie auch keine Fernsehwerbung schalten, weil die Leute wollen sie gar nicht erreichen. Die wollen sie gar nicht als Kunden für ihre Autos haben. Also meiner Meinung nach fällt der Tesla komplett aus. Und vielleicht kapieren die Autohersteller schon langsam, dass normale Medienwege einfach für nix sind. Wenn man ganz ehrlich ist, von der jüngeren Generation eine Zeitung lesen. Nein. Einfach eine Zeitung. Gewisse Zeitungen kann man nicht einmal als Heiselpapier benutzen, weil die zu stark abfärben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Genauso, also ich bin mir ziemlich sicher, also ich kann nur in dem Thema von mir persönlich reden. Es gibt keine Zeitung, es gibt keinen Fernseher. Oder es gibt kein Fernsehen. Fernseher habe ich sowohl an, aber den Fernseher benutze ich für meinen Computer. Beziehungsweise für meine Apple TV. Und daher fallen einfach die zwei Medien für mich komplett aus. Der Fred joint uns wieder. Ja, Servus Fred. Und das wird auch der Grund einfach sein, warum Autohersteller einfach da weniger Geld einpulvern, weil sie sehen, der Return on Investment ist einfach viel geringer, wie wenn man anständiges Marketing auf sozialen Plattformen, Facebook, Twitter, mittlerweile, also weiß noch nicht, ob das soweit verbreitet ist, Snapchat zum Beispiel, ist irgendwie eine lustige Plattform. Und es ist einfach, das sind die Plattformen der Zukunft. Und ich kann auch wieder nur von mir reden, wenn ich was haben will, dann setzt man es hin, fragt den Dr. Google, sucht sie ein paar Berichte, Rezessionen oder was auch immer raus und sagt dann einfach, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und bildet sich seine eigene Meinung und sagt dann, das Produkt kaufe ich mir oder das Produkt kaufe ich mir nicht. Und daher finde ich auch normale Werbung einfach, also nicht nur störend, sondern ineffizient. Und jemand, Gary Vaynerchuk heißt der, solltet ihr euch, glaube ich, einmal merken und einmal auf YouTube eingeben und ein bisschen anschauen. Es ist eigentlich ein ganz schlauer Mensch, der hat dann noch ein paar Zahlen präsentiert, wie viel sinnfreier gewisse Werbeaktionen worden sind. Auch schon E-Mail, Newsletter und solche Sachen und Bannerwerbung. Mittlerweile haben wir den Punkt erreicht, wo das die Leute einfach nur nervt. Und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Ja, was ist der Einzige, der sagt, wenn ich jetzt auf einer Homepage was liese und es kommt nachher ein Banner über die ganze Seite mit einer Werbung, dann bin ich genervt. Und das interessiert mich bis zu einem gewissen Grad nicht. Gewisse Sachen kann der Adblocker, der bei mir im Erlauf zum Beispiel nicht verhindern, beziehungsweise es gibt dann Homepages, die ja nachher darauf aufmerksam machen, man kann den ich nur lesen, wenn man den Adblocker ausschaltet. Meiner Meinung nach, das sind alles Sachen, die komplett sinnfrei sind. Weil du sagst dem Kunden, mach das, tu das. Und das ist ganz genau, glaube ich, der falsche Weg, weil macht es, tut es, das, wie soll ich sagen, zum Beispiel ein Kind reagiert genau 180 Grad verkehrt drauf. Legt die Hand nicht auf die Herdplatten. Was macht es? Ja, wir wissen, dass das weh tut. Aber das Kind hat die Erfahrung noch nicht gemacht. Und genauso ist es bei der ganzen Werbung. Man wird einfach nur zugemüllt. Sehe ich, also auch so intelligente Werbung, die einfach, du hast auf Amazon irgendwas angeschaut und wirst dann damit penetriert, unter Anführungszeichen, auch solche Sachen nerven. Und das mag schon sein, dass Banner-Werbung zum Beispiel sehr wenig kostet, aber noch viel weniger bringt. Und Werbung, die nichts bringt, ist nichts wert, unter Anführungszeichen. Und genau das glaube ich auch, dass gewisse Autohersteller oder die Autohersteller allgemein herausgefunden haben, dass die Werbung komplett für nichts ist. Das hat früher mal funktioniert, aber das funktioniert heute nicht mehr. Heute, naja, nicht nur machen die Leute, was sie wollen, weil das ist auch wieder ein anderes Thema, aber es sind die Leute ein bisschen aufgeschlossener. Vor allem, man darf etwas nicht vergessen, man muss das jüngere Publikum ansprechen. Das jüngere Publikum ist das, was Geld ausgibt. Die älteren, aber wenn es schief klingt, sterben früher oder später. Und die werden auch, also das alte Publikum, das auf TV und Plakatwerbung angesprungen ist, das wird einfach auch sterben. Und wenn sie die Firmen nicht neu orientieren und neue Wege suchen, dann werden sie auch sterben. Und das ist sehr vielen Leuten wahrscheinlich nicht klar. Sicherlich wird das jetzt von heute auf morgen gehen, aber das ist genauso. Den Hufschmied hat niemand mehr nachher gebraucht, nachdem das Auto erfunden war. Sicherlich hat das Jahre oder Jahrzehnte gedauert, aber an sich, den Beruf hat dann niemand mehr gebraucht. Sicherlich, ein paar gibt es noch immer, weil hobbymäßig und so und so weiter, aber die große Masse hat den nicht mehr gebraucht. Und das sollte einfach zu denken geben. Der Bericht ist neuer, aber da finde ich den Denkanstoß nicht so schlecht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Markus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.